Musik 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 Die Bayerische Welt hat den ältesten Nationalpark. Wir sind über drei Grenzen hinweg, nach Tschechien, nach Österreich, nach Bayern, also eine Destination, die einmalig ist. Das gibt es nur hier. Gäste, die noch nie im Bayerischen Wald waren, sollen kommen, sollen die Ruhe einmal genießen, spüren. Sich auszuruhen, ist einfach eines des Wichtigsten, was der Körper braucht in Urlaub. Das erlebt man im Bayerischen Wald sehr bewusst und sehr gut. Musik 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 Musik